Hallo, Lukas. Wer sind Sie? Stell dir einfach vor, ich bin Gott. Bin überall. Und wenn man sich mir widersetzt, wäre ich ungemütlich. Los, geh runter! Hanna, bitte! Das ist ein Schafschätze! Vielleicht geh runter! Irgendjemand bedruckt meine Familie. Du nimmst jetzt dieses Paket und bringst es nach Frankfurt. Willst du nicht wissen, was drin ist? Ich will einfach mein altes Leben zurück. Untertitelung des ZDF, 2020